Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum JavaScript Tutorial. Heute geht es um die Vorschleife. Die Vorschleife ist wahrscheinlich die Schleife, die ihr euch die ganze Zeit um die Ohren schlagen werdet. Und ja, die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen gut aufpassen und ja, probiert es einfach auch selber aus. Das ist das Allerwichtigste ohnehin. Okay, die Vorschleife brauchen wir vor allem bei Arrays. Ich lasse jetzt hier einfach diese zwei Zeilen mal stehen, wie wir das ganze Array produzieren oder wie oder was. Das habt ihr alles schon gelernt. Heute geht es darum, wie wir effizient durch dieses Array durchgehen. Zum Beispiel zum Wertesetzen oder sonst irgendwas. Es kann nämlich durchaus mal passieren, dass ihr Arrays von, keine Ahnung, 100.000 Einträgen habt oder sowas. Okay, 100.000 ist jetzt tatsächlich ein bisschen viel, aber schon sehr, sehr viele Einträge. Und für sowas, das wollt ihr natürlich nicht alles von Hand schreiben, also für jeden Eintrag irgendwas tippen, was im Prinzip immer dasselbe ist. Deswegen gibt es diese sogenannte Vorschleife. Und ja, was wir hier machen wollen, ist folgendes. Wir sagen ganz einfach, wir wollen eine gewisse Anzahl von Malen durch dieses oder von bis laufen. Also sagen wir i gleich 0. i ist irgendwie immer die Zellvariable. Keine Ahnung, warum man die i genannt hat, aber irgendwie hat sich das so eingebürgert. i kleiner als... So, und jetzt nehmen wir die Länge von unserem Array, also users.length. Ihr könnt hier natürlich auch 4 eintragen, aber wie wir wissen, kann das durchaus mal sein, dass sich hier was ändert. Zum Beispiel haben wir jetzt einen neuen User, dann shiften wir den rein, beziehungsweise dann pushen wir den rein oder so. Und dann poppen wir mal was raus und so weiter und so fort. Deswegen hier am besten immer die Länge von eurem Array nehmen und hier ein echt kleiner machen, dann habt ihr auch keinen Undefined Value hier bei euch. Okay, so und jetzt machen wir hier hinten noch die Operation, was hier so alles passieren soll. Also, nochmal kurz zusammengefasst, was ist hier passiert. Wir setzen unsere Zellvariable auf 0, denn 0 ist unser erster Wert hier, falls ihr euch erinnert. Das hier ist Users an der Stelle 0. Dann sagen wir, bis wann läuft denn diese Schleife, also von wie lange soll denn diese Schleife laufen? Naja, bis wir, solange wir echt kleiner sind mit unserer Zellvariablen als Users.length. Denn Users.length, also in unserem Fall Users an der Stelle 4, die gibt es nicht mehr. Aber Users an der Stelle 3 und das ist echt kleiner als Users.length, das gibt es noch. Das heißt, wir laufen hier bis I gleich 3 ist und danach hören wir auf. Das sagt uns das hier. Und das hier ist die Operation, was jetzt passieren soll. Also I++ bedeutet, wir erhöhen I in jedem Schleifendurchlauf 1 um 1. Also wir sagen, okay, nach dieser Schleif, also wenn wir einmal durchgelaufen sind, wird I um 1 größer. Das heißt, von 0 wird es auf 1 gesetzt, von 1 auf 2 gesetzt, von 2 auf 3 und von 3 auf 4. Und dann sehen wir hier, aha, 4 ist nicht mehr hier drin. Also springen wir aus der Schleife raus, also hier unten drunter und geben den Windows Alert aus, äh, Window Alert aus. Ja, und das ist im Prinzip die Vorschleife. Hier drin kann man jetzt machen, was man möchte. Zum Beispiel könnten wir ausgeben, ähm, window.alert. Und dazu kommentiere ich den Teil hier unten mal aus, den brauchen wir nämlich gerade nicht. Ähm, window.alert, zum Beispiel mit Users an der Stelle, so und jetzt wird es interessant, wir gehen nicht an der Stelle 0 oder an der Stelle 2 oder sowas. Dann würden wir ja immer in jedem Schleifendurchlauf dasselbe kriegen, sondern wir sagen, wir gehen an die Stelle I. Und das ist jetzt spannend, denn I ändert sich ja in jedem Schleifendurchlauf. Das heißt, am Anfang greifen wir auf unser 0. Element, also auf Darth Maul zu. In unserem nächsten Schleifendurchlauf auf Darth Vader. Danach auf Darth Sidious. Und, ach, verdammt. Okay, wir fangen mit Darth Revan an, denn den haben wir reingeschiftet. Das heißt, wir fangen hier an, also wir schieben Darth Revan quasi hier rein. Ich glaube, ich schreibe das gerade mal anders, dann wird es eindeutiger. Und man kann besser sehen, was hier passiert. Okay, hab mich gerade sogar selber verarscht. So, also bei unserem ersten Schleifendurchlauf haben wir hier I auf 0 gesetzt. Das heißt, Users an der Stelle 0. Das liefert uns Darth Revan. Im nächsten Durchlauf haben wir Users an der Stelle 1, denn I wurde ja um 1 erhöht. Also kriegen wir hier Darth Maul ausgegeben. Danach sagen wir Users an der Stelle 2, weil I wurde ja wieder erhöht. Also kriegen wir Darth Vader. Und danach kriegen wir Darth Sidious. Und danach haben wir I auf 4 gesetzt. Und dann sagt unsere Bedingung hier, das ist übrigens auch wieder eine bullsche Variable, die irgendwann übrigens mal false werden muss. Sonst habt ihr eine Endlosschleife. Das heißt, hier kommen unendlich viele Alerts raus. Das wäre schlecht. Also wenn hier I gleich 4 ist, dann sehen wir, aha, I ist nicht mehr kleiner, nicht mehr echt kleiner, sondern gleich Users.length. Und dann springen wir hier runter. Und da das hier ein Kommentar ist, wird der Rest vom Code ignoriert. Füllen wir das jetzt einfach mal aus. Dann sehen wir, was passiert. Wir kriegen erst Darth Revan, dann kriegen wir Darth Maul, dann Darth Vader und dann Darth Sidious. Okay, also in der Reihenfolge, wie sie jetzt hier gerade sind. Wunderbar, so sollte das ja auch alles sein. Okay, so funktioniert die Vorschleife. Es gibt allerdings noch eine Variante von der Vorschleife, die zeige ich euch jetzt nicht. Stattdessen zeige ich euch noch eine kleine andere Sache. Wenn ihr andersrum durchlaufen wollt, also ihr wollt rechts anfangen hier und dann immer runter gehen, dann könnt ihr das Ganze einfach umschreiben. Ich rate euch jetzt gerade mal, mich zu pausieren und euch als Übung das Ganze selber zu machen. Wir gehen das aber jetzt gleich noch zusammen durch. Also jetzt pausieren und jetzt mache ich weiter. Okay. So, also wir fangen an bei Users.length. Achtung, minus 1. Denn Users.length ist an der Stelle 4. Naja, an der Stelle 4 wäre hier, das gibt es nicht. Aber wir haben an der Stelle 3 was. Also deswegen fangen wir hier an mit i gleich Users.length minus 1. Dann sagen wir, unser i soll laufen, solange es echt größer als 0, äh, echt größer oder gleich 0 ist. Denn wir haben ja hier insgesamt bis hin zu 0. Also das ist unser 0. Element. Das können wir noch zugreifen. Aber auf das minus 1. Element, das geht natürlich nicht. Und wir müssen unser i verkleinern, nicht mehr vergrößern, damit das Ganze immer noch funktioniert. Jetzt haben wir das Ganze so umgeschrieben, dass wir von rechts nach links laufen würden. Also jetzt einfach mal ausführen. Darth Sidious kommt als erstes, dann Vader, dann Moore und dann Revan. Super. Das heißt, wir sind von rechts nach links durchgelaufen. Also eine super Übung. Wie gesagt, wenn ihr mich nicht pausiert habt, seid ihr selber schuld. Okay, dann war es das eigentlich auch schon wieder, was ich zur normalen Vorschleife sagen wollte. Nächstes Mal geht es dann um die VORIN-Schleife. Und ist im Prinzip eine VORIN-Schleife für die Leute, die schon programmieren können. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.